Ich finde es nur blöd, dass die ganzen Star Wars Figuren immer diese komische... Wie doof gucke ich denn? Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meinem neuen Video auch wieder mit dabei seid. Mich haben jetzt schon ganz viele bei Instagram angeschrieben, weil ich ja ein paar Fotos mit Funko-Figuren drin habe, ob ich nicht vielleicht mal Lust hätte, meine Funko-Familie zu zeigen, also meine Funko-Pop-Sammlung. Und natürlich hatte ich Lust drauf, ich liebe nämlich meine Funkos jeden Einzelnen und deshalb machen wir heute eine Aufführung meiner allerliebsten Lieblingsfamilienmitgliedern in meinem Bücherregal und zwar meiner Funko-Figuren. Ich habe ja immer gesagt, ich weiß nicht, ob mir diese Funko-Figuren gefallen, die sind irgendwie so klobig, haben so einen riesen Kopf und so Klubschaugen, konnte mich da irgendwie nie entschließen, ob sie mir gefallen oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit meinen allerersten beiden Funkos an, die habe ich nämlich zusammen gekauft. Und zwar wäre das einmal der Karl Drogo, ich zeige ihn euch nochmal, mit seinem Schwert und natürlich passend dazu Khaleesi. Mir hat die mit dem Drachen besonders gut gefallen, deshalb habe ich mir nicht die in dem Kleid gekauft, sondern diese hier. Zu den beiden gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Ich war nämlich 2016 mit meinen Mädels auf der Comic-Con in Stuttgart, bin dann mit meiner Schwester durch die ganzen Merchandise reingelaufen, und habe dann fast an jedem zweiten Stand diese Figuren gesehen und habe gedacht, ach komm, so hässlich sind sie ja gar nicht, kaufst du jetzt einfach mal einen. Und da habe ich überlegt, was mir gefallen würde, und dann habe ich an einem Stand Khaleesi gesehen und dachte, ja, das wäre eigentlich ganz cool, Khaleesi ist meine Lieblingscharakterin, oder nennt man das so? Charakterin? Mein Lieblingscharakter auf Game of Thrones, eine Ninja Star drauf. Und da habe ich gedacht, ach, wenn ich Khaleesi habe, dann muss ich eigentlich auch Karl Drogo haben, weil er eigentlich auch einer meiner liebsten Charaktere ist. Bin dann an jedem Stand und habe gefragt, habt ihr Karl Drogo, habt ihr Karl Drogo? Ich wollte dann natürlich auch an dem Stand, an dem ich Karl Drogo kaufe, Khaleesi dann auch kaufen. Habe dann bestimmt eine Stunde damit verbracht, zu suchen, bis dann wirklich gefühlt der letzte Stand in der letzten Ecke noch einen Karl Drogo hatte. Und so bin ich zu meinen allerersten beiden Funko-Figuren gekommen. Als nächstes eingezogen ist bei mir mein Captain America. Und es ist ein Funko-Wackelkopf. Ich zeige ihn euch mal von nahe. Das ist eine Sonderedition mit diesem transparenten Schild. Ich habe die Schachtel extra mal hier hingelegt. Ich habe nämlich viele davon einfach noch in ihren Schachteln gelassen. Das ist ein Underground Toys Exclusive. Und das ist irgendwie zum 75-jährigen Geburtstag von irgendwas. Also da ist so ein Sticker drauf. Ich kann euch gar nicht genau sagen, von was das war. Aber er hat mir besser gefallen als die ganzen anderen Captain Americas. Natürlich will ich mir die als riesen Captain America-Fan auch noch irgendwann so nach und nach holen. Aber ich habe mir gedacht, der hier ist jetzt mein erster. Und die anderen, die können nach und nach folgen. Es gibt ja noch so viel, die ich mir auch noch kaufen will. Und ich finde es dann schöner, wenn ich verschiedene in meinem Regal stehen habe. Anstatt jetzt fünf Captain Americas, aber dafür keine anderen, aus anderen Themen oder aus anderen Serien oder Filmen. Dann habe ich diese beiden hier von meinem besten Freund bekommen. Das ist einmal der Darth Vader, Pfefferstreuer. Kann man da hinten einfüllen. Und dann der Sturndruppler Salzstreuer. Kann man auch wieder hinten einfüllen. Die gab es zusammen in einer Doppelpackung. Die hat mir mein bester Freund, wie gesagt, zu Weihnachten geschenkt. Ich habe eigentlich gedacht, wir schenken uns nichts. Aber wie das natürlich immer so ist, kommt dann doch was. Und außerdem waren wir auch zusammen im Kino und haben uns Star Wars angesehen. Und wenn wir uns was schenken, ist Star Wars irgendwie immer so das Hauptthema. Die sind allerdings auch die ganze Zeit noch in der Verpackung, weil ich sie viel, viel, viel zu schade finde, um sie einfach für Salz und Pfeffer zu benutzen. Die müssen in mein Star Wars Regal. Und direkt neben denen steht nämlich diese hier. Das ist Rey. Rey mit dem Wackelkopf. Ich finde es halt immer blöd, dass die Star Wars Figuren diesen blöden Sockel hier haben. Ich bräuchte den jetzt nicht. Aber ich glaube, viele von, gerade von diesen Wackelkopf Figuren, die würden gar nicht stehen bleiben, wenn man sie ohne Sockel hinstellen würde. Die steht auf jeden Fall jetzt direkt neben meinen Salz und Pfefferstreuern. Nach Rey ist eine Figur eingezogen, die ich in Harry Potter gar nicht mal so toll finde. Aber die Figur hat mir einfach gefallen. Und zwar ist das die Ginny Weasley mit ihrem kleinen Zauberstab. Genau, da ist der Zauberstab. Ich habe ewig geschaut, wo ich sie kriege. Ich bin hier da auch bei Facebook und Co. in mehreren Funko-Gruppen, wo auch so eine Art Tauschbörse oder Verkaufsbörse ist. Und ich weiß nicht warum, ob diese hier besonders anfällig ist. Aber jede Ginny, die ich da gesehen habe, war mit abgebrochenem Zauberstab. Im Großen und Ganzen musste ich mir sie dann doch selbst kaufen, neu kaufen. War auch per Zufall gerade in Stuttgart bei meiner Schwester. Und wir sind dort, ich glaube in Milaneo ist das gewesen, in den Elmwald reingegangen. Und da stand noch eine mit ganzem Zauberstab. Und ich habe sie natürlich dann auch direkt mitgenommen, bevor ich noch länger suche. Dann haben wir noch eine Figur von Harry Potter. Und das ist meine absolute Lieblingsfigur, beziehungsweise mein absoluter Lieblingscharakter von Harry Potter. Und wer mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß, wen ich meine. Und zwar meine Luna. Und vor allem mit dieser Löwenmaske. Ich fände es so toll. Ich liebe sie einfach. Ich habe sie auch direkt in mein Harry Potter Regal gestellt. Da stehen nämlich noch das Harry Potter Kochbuch drin. Und meine Ginny. Und Band 1 in Englisch in dieser 20 Jahre Sonderedition. Und hinten an der Wand klebt noch eine Zeichnung, die ich mal bei Pinterest gesehen habe und nachgemalt habe. Also die hat direkt einen Ehrenplatz bekommen. Und bleibt für immer in meinem Herzen. Wird auch niemals aussortiert. Dann kommen jetzt noch zwei Figuren, die ich zusammen mit meiner Schwester in Stuttgart gekauft habe. Das ist einmal Chak Naga. Ich liebe ihn. Er ist nach Khaleesi und Khal Drogo einer meiner liebsten Figuren bei Game of Thrones. Und im... Wann war das? Wann war das? Ich sage jetzt einfach mal März, April letzten Jahres war ich mit meinen Mädels auf einer Convention in Bonn. Wie jedes Jahr. Die hieß früher Rincon, jetzt heißt sie Magikon. Und dort war der gute Schauspieler, der Tom, zu Gast. Und wir haben Fotos mit ihnen gemacht. Und wir haben mit ihnen gequatscht. Haben uns die Panels angeschaut. Also wer Magikon nicht kennt, sollte unbedingt mal auf die Homepage gucken. Ich schreibe es euch natürlich auch in die Infobox. Ist immer ein Riesenevent. Das ist jetzt auch wieder im März. Da kommt diesmal Ian Sommerholder. Damon aus Vampire Diaries, wer ihn nicht kennt. Dann Enzo von Vampire Diaries kommt auch. Lucifer, Hauptdarsteller, kommt. Es kommen viele. Schaut einfach mal auf die Homepage drauf. Dann die zweite, oder beziehungsweise das dritte, die ich mit meiner Schwester in Stuttgart gekauft habe, war diese hier. Das ist Aquaman mit seinem komischen kleinen Würfel. Das ist auch irgendeine Sonderedition von irgendeiner New York Convention oder sowas. Aber den guten Herrn habe ich ja schon als Khal Drogo im Regal stehen. Und jetzt habe ich ihn auch noch als Aquaman. Und dabei steht das Foto, das ich damals auf der Convention mit Jason Momoa zusammen gemacht habe. Also es ist mein kleiner Jason Momoa-Schrein. Wie ihr seht, habe ich diverse Schreine in meinem Schlafzimmer stehen. Mein Freund ist begeistert. Was natürlich bei Game of Thrones nicht fehlen darf, ist dieser Kollege hier. Bei Instagram habt ihr es vielleicht schon gesehen, dass ich mich so gefreut habe, dass mein Schätzchen hier angekommen ist. Die anderen beiden habe ich mir zeitgleich mit dem hier bestellt. Und er ist der einzige, der nach drei Monaten dann endlich mal ankam. Die anderen stehen immer noch auf Lieferung verzögert sich, Lieferung verzögert sich. Also wer die Seite Zavi, ich denke, sie heißt Zavi, kennt, weiß, dort gibt es die Figuren ein bisschen günstiger als bei uns. Aber die Lieferzeit ist echt für ein Poppes. Ganz ehrlich, wer über drei Monate auf seine Lieferung wartet und bei manchen Teilen der Lieferung immer noch warten muss, das ist echt kein Kundenservice. Ich hätte beinahe noch zwei vergessen. Ich habe gestern mein ganzes Bücherregal aussortiert und zwei mussten weichen. Das ist einmal der Frodo Beutlin in der Originalversion. Es gibt hier, glaube ich, noch einen, der im Dunkeln leuchtet. Und dann haben wir hier noch Sackboy. Ich habe dieses Little Big Planet Kart ja sowas von gesuchtet. Habe mir da immer so einen kleinen Sushi-Sackboy gebaut. Das fand ich richtig witzig. Und den da gibt es, glaube ich, schon seit 2013. Aber ich habe ihn noch gar nicht so lange. Und einfach, weil ich ihn so süß finde, kriegt der einen Ehrenplatz. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich ihn hinstellen werde. So, ihr Lieben, das war meine Funko-Familie. So viele habe ich ja noch gar nicht. Ich habe ja, wie gesagt, erst im Juli 2016 meine allerersten Funkos gekauft. Viele von euch waren da ja schon viel, viel früher mit dabei. Zusätzlich zu den beiden Drachen, die leider noch fehlen und Watson, der leider noch fehlt, gibt es noch eine, die mir immer noch nicht zugestellt wurde. Und gestern habe ich gerade eine E-Mail bekommen, dass die Lieferung auf April verschoben ist, obwohl ich sie bei EMP bestellt habe. Und zwar ist das Cheryl Plossom von Riverdale. Die sind ja irgendwie erst jetzt im Februar oder so rausgekommen. Aber irgendwie kommen die nicht bei uns an. Ich weiß es nicht. Mich würde jetzt mal interessieren, welche Funkos ihr zu Hause habt, welches eure Favoriten sind, welche vielleicht noch auf eurer Wunschliste schlummern. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!